. Hey Jungs, was geht ab? Guck mal, mein neuer Wagen! Was sagt ihr? Und? Sieht doch fresh aus, oder? Ende Wagen, der ist verrückt! Hast bestimmt auf Kredit geholt, oder? Nein, 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 ich hab den Bar geholt! Hab grad neue Tijare am Start, du weißt schon, ich verdiene gut, Alhamdulillah! Bruder, nicht schlecht, bei dir läuft! Voll der Lügner! Macht auf Moslem, erst 100 pro kriminell! Wie viel verdienst du eigentlich? Ja, gut, also letzten Monat waren das so 40 Mille! Immer wenn du sie siehst in ihren Autos! Umherfahrend mit ihren Frauen! Sitzend in ihren Häusern gleich Palästen! Bist du fassungslos! Du stehst völlig versteinert da! Und denkst dir, warum hab ich nicht das Glück der anderen? Warum ist mein Leben immer so scheiße? In Wahrheit wünschst du dir, anstelle von ihnen zu sein! Dein tiefer Neid hat dich erblindet, dankbar zu sein für die zahlreichen Gaben! Ständig versuchst du krampfhaft das zu erreichen, was sie von ihrem Herrn geschenkt bekommen haben! Und jeder Versuch schmettert dich erneut auf den Boden der Tatsachen! Selbst deine Niederlagen lassen dich nicht begreifen! Warum verstehst du nicht, dass das Leben eine Prüfung ist? Dass dieser scheinbare Glanz bei deinem Herrn keine Bedeutung hat? Warum beneidest du Menschen wegen Vergängliches? Und nicht, wenn sie gute Muslime sind und einen guten Iman haben? Ja, weil das etwas ist, was dich nicht interessiert! Es sprach der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam! Hütet euch vor Neid, denn es verbrennt die guten Taten, wie das Feuer das Holz!